Ich bin zu spät, ich komme immer zu spät, jetzt darf ich mir bestimmt wieder von meiner Schwester anlassen. Cornelia, nein, ich bin nicht Cornelia, ich bin Euphelia. Könntest du bitte pünktlich sein, zieh deine Schuhe an, steh gerade, tu dies, tu das, tu nicht das, tu nicht dies. Sag mal, bin ich denn ein Küppchen? Nein, ich bin kein Küppchen, ich habe auch Träume und ich würde so gerne singen. Einfach nur singen, nicht irgendwie oben stehen und irgendwelche Ansagen machen, so wie jetzt gerade. Ja, und da habe ich so etwas ganz Tolles aufgenommen, beziehungsweise mitbekommen, als ich mal an dem Set von einem Anime vorbeigelaufen bin. Und das werde ich jetzt euch einfach mal zeigen, mit viel Konzentration. großartig sein, mit viel Konzentration. Ja, genau, ich bin ich da. Ja, genau, ich bin da. Nein, ich bin da. Nein, ich bin da. Es ist soweit, wir werden bei dir sein, sei bereit.